ja bring den ansatz ende halt jetzt ich habe jetzt gerade ich wollte jetzt gerade ich habe jetzt ich wollte wollte jetzt gerade werkzeuge machen habe ich jetzt getan und jetzt wollte ich wollte ich ich wollte doch habe ich nicht schon ich wollte doch gerade habe es vergessen sehr gut das voll schwer wenn sich dabei konzentrieren muss und gleichzeitig labern muss man bei der uhrzeit deswegen gern vor ein bisschen holz farben dann kannst du wieder labern wer macht hier als einziger mit holz der konsole mein richtig dann kann sie auch für mich holz fahren gehen ja auch für dich ich bin hier voll hart am level das gibt es noch nicht wow welches level bist du schon und kann fragen was für du einzig bist ich bin level hier ich bin level 7 15 15 wollte ich dann auf jeden fall eisen waren habe ich hier noch zwei ok ich wollte auf jeden fall auf eisen fahren gehen und jetzt noch weiter die stürmer du hast mich ja gefragt auf welcher höhe es am besten eisen gibt ja genau und was gesagt richtig cool hier unter meinem fußballfeld ist lava und wir gehen jetzt erstmal schlafen kannst du auch direkt ein bett eigentlich in deine komische kathedrale erstellen ich komme ich komme ich komme um es gut nachdem nachdem so schön zu sagen ich bin zu sagen und das was sagen ja ich habe schon der verdrängt ist das schätzelein schätzelein voll die pädrichslafen jetzt mit geschliffen aber ich war so ungewöhnlich lange in meinem Bettchen hat gewartet gewartet und gewartet und niemand kam nach Hause du mit deinem Bettchen du mit deinem Bettchen oder deinem überfordert und so würde im Ernst ist aber traurig mein erkennt er die Wege ach so immer noch man zu das wirklich sind so ein Problem so ein Hexenschusser drin oder am von nur weil jeden Tag die ganze Zocken ja gut das könnte gut möglich sein 1 2 3 4 5 6 7 so da hat uns aber auch und dann ist sie jeden Tag auf weil eigentlich hängt man ich bekomme nur nacken wenn ich die ganze Zeit für mich vor das Mikro Lehner ansonsten habe ich keine Probleme das ist aber echt so gut ist du links ist nicht so in deine Lehner sind zurück sondern du hängst ich wie so ein Goblin vor der Mikro ja genau so ist das bei mir auch ich hänge hier boah wie hänge ich hier meine Beine so ein bisschen nach rechts gedreht keine Ahnung wie ich das boah was denkst du denn jetzt darunter keine Ahnung das ist doch das sind sie zusammen ja keine Ahnung kann ich nicht beschreiben ich wünsche doch das hätte ich jetzt gerade nicht gesagt bisschen nach rechts gedreht dann einmal so aufstingelt und das ist ich hab boah ich bin hier nicht gerade sehr gemütlich übrigens habe ich jetzt gesehen dass ARC wirklich bei den 18 Euro im Angebot erst ist echt das hat generell 20 Euro kostet und das kostet eigentlich 30 ja und das ist ja early access und deswegen wird es 100 pro auch noch teurer das ist jetzt 48 Stunden oder so noch im Angebot und da bietet das sich natürlich an sich das noch zu holen weil es sehr geil scheint wir können da auch von einer Let's Play Reihe machen das ist auch sehr geil aber ich frage mich da immer ja wir brauchen eben einen richtigen Server oder willst du zu zweit auf den Server keine Ahnung also mir ist es relativ wumpe ob wir jetzt auf den offiziellen Server gehen oder ob wir einen Server mieten ja eigentlich äh müssen wir uns da auch wieder einen Server kaufen äh ich weiß nicht weil ich hab nämlich schon bei Nitrado gesehen dass man ähm die den Game Server wechseln können das heißt von Minecraft Server auf ARC ja ja wenn dann nicht unsere Welt und alles andere gelöscht wird ja ja wenn das geht dass wir irgendwie alle zwei Wochen oder so wechseln das wär schon cool also ja Hamachi will ich da nicht probieren ich glaub das lohnt sich nicht ey ich glaub das geht auch gar nicht weiß ich gar nicht Hamachi geht ja kann ich nicht sagen Hamachi geht eigentlich immer aber das ist dann doch die gleiche Geschichte wie bei Minecraft und da gibt es nur wieder Stress und ich heule und weine und das heißt oder Auer hast dich gerade gewundert wie so du auch gesagt hast ja okay wieso hast du auch gesagt wenn plötzlich ein Popel in meiner Nase war der da nicht hingehört Hm, geil. Genau das soll ich wissen. Du hast gefragt. Oh, aua. Ist das immer noch die eine Sache? Nein, der ist mittlerweile weg. Ah, jetzt kommt da noch einer. Boah, Junge. Hammereklig, Alter. Ja, es ist einfach in der Nase jucken. Und wenn du dann zu hart bist, ich mein... Ja. Dann kriegst du einfach deine Schraufel kaputt. Ja, halt die Fresse. Dann ist deine Schraufel kaputt und du musst eine neue holen. Ich hab keine. Hast du vielleicht eine für mich? Äh, nee. Ich hab dir gerade schon mal... Vielleicht etwas Hochwertigeres als... Dein... Nee, sowas hab ich nicht. Ah, gut. Dann muss... Dann muss ich... Da... Ah. Ah, okay. Ich dachte, ich muss diesen... Ja, und gänzt dann einfach, ne? Oh, scheiße, da ist er. Da ist er, der kleine Übeltäter. Hast du ihn jetzt am Boden gefunden? Oder am Schraub? Hahaha. Nein, mein Gainer. Ach so. Nein, gar nicht. Boah, Alter, jetzt hacken wir aber mal schön die Schnauze. Reicht aber langsam. Ich mach jetzt mal ein Fußballfeld fertig. Mikrofon mutiert. Und... Untersteh dich. Mikrofon aktiviert. Was denn? Äh, äh, ich habe... Oh, Spongebob. Jetzt hab ich kein Granit mehr. Oh, Spongebob. Oh, Spongebob. Oh, Spongebob. Let's Play, die war so geil einfach nur. Ich liebe diese Schelle immer noch. Ich weiß doch nicht genau mehr, was ich gesagt hab, aber es war so episch. Ja. Da waren wir an Bäume farmen und... Ah, ausgefallen! Oh. Da hab ich keine Ahnung. Irgendwie ausgefallen oder so sagen. Ja, weil dann meinst du so... Oh, durchgefallen. Ja, genau. Das war voll witzig. Ich weiß nicht. Oh, so witzig. Hast du Steine? Äh... 31. Hö, er hat 31 gesagt. Jetzt du mal bitte dein Maulwerk. Äh... Äh... Ja, 31 lohnt sich nicht. Farm doch selber. Ja. Du kleiner Wicht, du. Wo hast du denn gefarmt? Ähm... Wenn du auf mein Haus zugehst, ein bisschen... von der rechten Seite. Da ist ne Fackel. Und da ist auch dein Name. Jetzt müsstest du hier eigentlich runterkommen. Microphone muted. Moin! Dank moin! Boah, farm bloß nicht mal Granit hier, dass ich abgebaut hab. Dann werd ich echt wütend. Weißt du, wann ich echt am Rad dreh? Wenn ich Granit abbaue und du es einsammelst und du es nicht mehr brauchst, sondern ab wenn du weg wirfst, dann drehe ich echt am Rad. Ich bin Pascals Mutter, ich bin wieder im Zimmer. Ich bin pack... Und gebe Wäsche. Ich bin Pascals Schwester und sage, dass Pascal scheiße ist. Ich bin Pascals Vater und Küsse, Pascal. Ich bin Pascals Hund und Bälle. Ich bin Pascals... Weiß nicht, hast du nicht auch nen Vogel oder so? Ja. Also nen Vogel hast du sowieso, aber ich mein so ne Art Wäldens erklärt oder so. Aber ich hab ne Wespe. Die Lache, die war unerwartet. Boah, Alter, das war echt unerwartet. Dumpf ist Trumpf, ey. Ganz ehrlich. Ach, so. Äh, brauchst du nur Stein? Ja, ja. Ja, dann kann ich dir 31 geben. 31 auf die Fresse. Nein, ich war mir grad schon die Elbe. Aber mich legst du dir da hin. Okay, cool, danke. Bist mein allerbester Freund. Ähm, das hoffe ich doch auch. Du suchst immer noch Eisen. Äh, nein. Nicht mehr. Nur noch nebenbei. Jetzt baue ich erstmal wieder Granit, um... Ja, das Fußballfeld weiter auszubauen. Das Granit wird übrigens... Äh... Diese... Diese Rennbahnen um... Um das Fußballfeld rum. Oh, Spongebob. Das war meine Spitzsack. Ähm, du meinst diese Tartanbahn? Genau, Tartanbahn heißen die. Ich weiß nicht, äh, was Tartan ist, aber... Also bei mir sind die aus Asche. Das ist der... Dieses Gummizur. Aus Asche? Bei uns sind die aus Asche, natürlich. Was? Krass. Oder? Also... Gibt's Asche auf Bahn? Jetzt eher die für den... Für den... Ja, für den Sportunterricht so nebenbei so. Wenn man... Geschwindigkeitsrennen macht. Geschwindigkeitsrennen, ja. Okay. Bei uns sind die einfach aus einfacher Asche gemacht. Ja gut, äh... Keine Ahnung, wo hab ich denn... Wo hab ich denn richtige Tartanbahn mal gesehen? So voll selten. Ohne Scheiß, die finde ich bei mir, wenn ich jetzt mal so überlege, nur in... 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 Weiß ich nicht. Hab ich schon mal eine echt gesehen? Ja, sicher. Warte mal, ich höre hier grad... Viel zu viel. Äh, ich hau jetzt ab. Aua. Buh. Aua. Uh. Das Licht. Das Licht. Das Licht. Da genug von Tartanbahn geredet, jetzt werden selber welche gemacht. Und du rennst jetzt nicht einfach zu deinem Ding-Ding-Ding-Spunkt... Ey! Och, Mann. Ich wälsche vom Meer. Ja, ähm... Ich glaub nur, dass man zu wenig meine Wauten sieht. Und dann wein ich wieder und dann... Dann flam ich wieder in den Kommentaren, was für ein... Du bist... Okay. Mein bester Freund. Okay. Ach, Plottwist. Okay. Ja. Versteh ich. Versteh ich. Boah, what the fuck, ey. Ich dachte, da kommt jetzt, weiß ich nicht, so ein Staubsauger, den es startet. Du hast nämlich bei mir ganz kurz geleckt. Ein Staubsauger. Mit der Industrie-Maschine. Die mein Vater immer auf Arbeit verwendet. Minh. Alter Junge. Boah, das war gut. Das war echt nicht schlecht. Ist jetzt mal gut, ich geh jetzt schlafen. Krass, man ist aber gar nicht so groß, das Fußballfeld, oder? Ähm, nö, eigentlich nicht. Zockerhallenfeldgröße. Okay. Warst du schon mal in sowas wie eine Zockerhalle? Ja, ja. Glückwunsch. Ich weiß. Wahrscheinlich sind die bei dir so aus Asche, ne? Ich fasse das als Beleidigung auf. Nein! Wir sind bei uns aus Kunstasche. Okay. Kunstliche Asche. Oh Gott. Boah. Mir kommen schon die Tränen. Ja, mir auch. Die ganze Zeit. Ach so, wieder schön hell. Äh, und wir, äh... Boah. Ja, was machen wir denn? Ja, was machen wir denn? Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn heute? Wir... Ähm, ich mach jetzt gleich die Tata-Bahn, die hab ich jetzt gleich fertig. Wir machen das auch gut. Wunder... Und...